Das hier ist ein Gaggelstrauch. Der hat einen ganz intensiven Geruch. Also schon fast ein bisschen wie Lebkuchen. So was in der richtung könnte man nutzen um Mücken zu vertreiben und so was glaubt ihr mögen es nicht so gerne ja aber was ich euch zeigen wollte hier haben wir ein paar Lärchen und diese hier hat sich also total rötlich verfärbt an der Rinde kann man es deutlich sehen hier haben wir irgendwie eine normale so sehen die eigentlich normal aus hier ist total rot da hinten seh ich auch eine da diese da so sind immer zwischendurch ein paar drin hier auch hier also wenn einer das es ist bitte mal rein posten unten in die kommentare hier haben wir ein paar wildschwein spuren die hier den boden aufgewühlt haben versuche nach was essbarem würmern oder irgendwelchen larven hält sich aber noch in grenzen so 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 Die sehen ja ganz gut aus. Hier kann man sehen, dass ich so ein Steinpilz enorm gut verstecken kann. Wahnsinn, das ist ein richtig schöner. Also passt auch, wo ihr hintretet. Lächer, Wahnsinn. Lächer, Wahnsinn. So, Leute, guckt euch den Steinpilz mal an. Lächer, Wahnsinn. Vielen Dank.